Hallo. Ja, hallo zusammen. Entschuldigung. Ich freue mich so, dass wir heute dieses Lied singen dürfen. Es ist das Lied, es geht, heißt er. Und heute hast du ja, Papa, auch davon gesprochen. Es geht und auch gerade, wenn wir so unterschiedlich sind oder verschiedene Ansichten oder Religion oder egal was, diesen Glauben nicht zu verlieren, es geht, es ist möglich zusammen. Nur als Organismus können wir hier unten etwas bewegen. Und ich habe so eine Erwartung. Es war so eine gewaltige Botschaft. Es hat mich so wieder energisiert und ich glaube, dass wir wirklich diese Welt nur gemeinschaftlich verändern können. Ja, das wollte ich noch sagen. Und jetzt zum Einstimmen noch in dieses Lied. Könnten wir vielleicht zusammen ein Chor machen noch? Zusammen zu schreien, es geht. Und dann lassen wir es hier vorne krachen und glauben, dass es auch im Alltag eben möglich ist und geht. Ja, also wo sind unsere Sänger? Für einen geht es besser. Wunderbar, das sind diese verschiedenen Pärchen, die da, also nur im Film zusammengehören. Und sie machen sich bereit. Ich finde, es ist ein Lied, wie Anna Sophia gesagt, der Hoffnung. Ja, es geht, wir sind eins. Und das möchte ich erwarten auch heute. Wir sind heute eins. Wir wurden miteinander verbunden in eine Schau. Und ich glaube, in unseren Herzen drin ist heute etwas geschehen. Und wir unterstützen das jetzt mit diesem Lied. Lass uns innerlich sicher mitgehen und uns freuen an dieser Wirklichkeit. Ja, es geht, wir sind eins. Sehr schön. Da stehen sie miteinander. Sie haben noch die letzten Mikro gesagt, das ist ein bisschen zu. So haben wir schöne Filme und dann muss eben die Leinwand frei sein. Aber ihr dürft ein bisschen entspannen. Dann machen wir doch jetzt kurz zusammen noch diesen Chor. Richtig kriegsgeschrei-mäßig. Es geht. Und eins, zwei, drei. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Nur zusammen ist es möglich. Wir brauchen euch wirklich. Und wir lieben euch. So unterschiedlich und anders. Keine ist hier gleich. Jeder hat sein Interessen. Schaller geht es nichts, was uns vereint. Es gibt keinen Grund. Es gibt keine Macht, die es wirklich schafft. Und uns entzweint. Denn jeder braucht jeden. Allein kommt niemand zurecht. Wir glauben daran und sagen, ja, es geht. Spürst du diese Liebe? Wie sie uns vereint? Sie zeigt dir tief im Innern, was du längst weißt. Nur Einheit und Frieden sind das Geheimnis, wo die neue Welt zu blühen beginnt. Ja, es geht. Wir sind eins, denn es geht niemals allein. Wir brauchen jeden von euch hier. Trotz Politik, trotz Religion verbinden sich die Herzen schon. Gott wohnt in jedem von uns drin. Das hier für sangen Kosmos ist die Vereinigung mit euch. Friede und Tränen. Macht über alles verstört. Denn du bist ich und ich bin du. Was ich dir tue, füge ich mir selber zu. Die Leute verstehen, auch meine Mitmenschen sehen. Nur gemeinsam können wir jeden Kampf bestehen. Jeder kann sein ganzes Schicksal binden. Wenn wir uns in der Eins halt ganz vollenden. Die Werte zum Einander hat gezeigt. Alles wird vergehen und die Liebe bleibt. Ja, es geht. Wir sind eins, denn es geht niemals allein. Wir brauchen jeden von euch hier. Trotz Politik, trotz Religion verbinden sich die Herzen schon. Gott wohnt in jedem von uns drin. Musik 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 Musik